Was ist der zweite Teil? Was ist der zweite Teil? Ihr könnt mich gerne abonnieren und wenn ihr Lust habt mache ich das nächste Video einen Kaufpreis oder wenn ihr möchtet, ich mache ein Video von meinem YouTube, das ist alles okay also nicht so einfach nicht nicht so einfach die Brille von dieser Dianne Dianne hat nur weiß, schwarz und blau Wurde geil Ist so dreckig Kannst du vielleicht mal eine Haare machen? Was möchtest du von deinen Haaren machen? Einfach nur ein bisschen streiten Also Au Okay Bitte nicht Läuftest du eine Frisur? Ja Okay Bist du echt? Echt ja Ich habe jedes Mal ausprobiert Okay Drei Zwei Zwei Saus波 Und ich hab eine neue Bürste gekauft Diese kleine Handbürste Also die Haare haben, so, eigentlich, sonst, irgendwann, anders. Hier ist noch die Auge. Ich habe auch so ein großer, einfach viel Locken. Mhm. Ich habe, ähm, am Sonntag habe ich mir ein paar Locken gemacht, in die Haare. Okay, und meine Mutter hat, äh, den Fuß operiert und ist super gelaufen. Und dafür hat sie keine Füße. Man sieht noch etwas von meinem Lockenstab. Schau mal, das ist noch etwas von meinem Lockenstab. Mhm. Ein Stab für Locken. Mhm. Siehst du? Müt. Das wird schon mal. Das ist bei Bellissima. Warte, ich zeig's mir. Ja, ich zeig's. Das ist Bellissima. In-Tech. Und das inwendige ist grün. Brün, braun. Also, ja. So. Möchten wir? Also, diese muss nicht so lange, weil es nicht so einfach ist. Muss nur diese, was muss nicht so, muss das machen. Also. Hattigene! Also. So. Muss nur einmal, wenn es nicht so nach oben geht, muss nur das. Okay. Warte, nur das. Warte, nimm diese. Nimm diese, nimm diese. Ah, boah. Okay. Ich meine Hoch. Ich hab bei mir immer Angst, dass ich meine Hoch nehme. Nein, keine Sorge. Ich nehme meine Hoch. Es ist meine Hand. Ich weiß. Du musst keine Angst haben. Ich weiß. Ich hab bei Nacht passiert auch. Aber es tut sehr weh. Ja, das ist auch heiß. Wie im Backofen. Oh, natürlich. Und so. Musst du noch weiter. Wie ich so alles probiert habe. Okay. Sie haben das. Und das. Ne, das hast du. Aha! Okay. Wie ich sehe. Muss auch das. Das ist gut. Ähm. Ne, das hast du. Oh, meine Haare sind so schön warm. Wer liebt warme Haare und bläde heißen? Ich! Nach dem Duschen mache ich immer so ein Zwei-Zopf. Und dann durch mit dem Bläde heißen gehe ich so drüber. Am nächsten Morgen. Hm. Aber mit nassen Haaren geht es wirklich nicht. Ohne ich mag eine ganz schönes. Das ist so cool. Okay. Nochmal weiter. Also. Das ist von Jan. Es ist nicht so. Bereit. Ein bisschen noch mehr. So. Ein bisschen mehr. Ein bisschen. Okay. So. Bist du fertig? Okay. dass sie so viel asseg gratis für den Schminkquafö sind. Meine Alkami. Meine Alkami. Meine Alkami. Wenn dir gefällt es dir von dir, dann muss ich nur den Domen hoch 번neiden. Aber keine Ahmischen. Und ihr könnt mich abonnieren, wenn ihr Lust habt. Könnt ihr das gerne tun. Ich habe am letzten Tag sehr viele Rüstungs. Ciao!